Heute erfahren wir, wer denn R6 wäre. Frankfurt am Main. Die Kontrolleinheit gegen einheimische Autoposer, Raser und Tuner ist ihren Gegnern schon wieder dicht auf der Spur. An Bord die Beamtenwirt und Prisemeister. Der erste Kontrahent ist schnell unterwegs. Jetzt heißt es mithalten. Fast and Furious auf der Jagd nach Verkehrssündern. Der Verfolgte, ein BMW mit einigen Schönheitsreparaturen. Aber wenn ihr die Videos von mir aufmerksam verfolgt, wisst ihr, dass Jevo auch wirklich gut am Lenkrad und sehr fein am Gaspelad ist. Ich komme nicht zu rechts. Alles was Räder hat, ne? Alles was Räder hat. Du kannst mit Fahrrad driften, habe ich gehört. Ja, meine Schuhe von hier war immer so weg, weil ich immer so gebremst habe. Ja, das kennen einige. Der Mix-Fahrer kennt das. Also ihr wisst ja, bei uns, wir haben ja wirklich nicht nur Kreatin, sondern auch Benzin im Blut. Und wir wollen heute schauen, ob wir noch fahren können. Wir haben uns früher immer gerne gemessen. Und heute machen wir das nochmal. Also ich sag dir eins. Lenken tust du mit Gaspedalen. Ja, sowieso. 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 Und Gas geben tue ich auch mit der Gaspedalen. Wenn du mit der Gas. Was denkst du, wer wird heute hier in der Pole-Position starten und wer wird als erstes ein Ziel gehen? Ja, ganz klar. Was hast du für eine Frage? Ganz klar, Charo, ne? Darf ich das auch lernen? Ganz klar, Charo. Dann dich gefolgt. Ich würde... Sigi ist auch ein guter Fahrrad. Sigi ist mutig. Ich weiß, Sigi ist mutig und der fährt immer so präzise. Deswegen sag ich, der wird deswegen, weil er präzise fährt. Heute ist sehr viel Druck. Wird er dann unter Druck, wird er nicht mehr diese Präzision einhalten können. Meiner Meinung nach, ich sag eigentlich nie, ich bin besser, ich kann das. Aber was um Auto geht, ich bin die Eins. Ich bin die Eins. Djembo fährt sehr, sehr viel. Was war da? Forza oder Guanturismo? Guanturismo 7 mit Lenkart und VR-Brille. Da bist du drin im Spiel. Nordschleife 6 Minuten 18. Hast du gerade noch gefahren, bevor du... 6 Minuten 18. Mit Porsche RSR. Du spielst online gegen andere. Ja, ja, ja. Kann ich mal vorbeikommen? Ja, klar. Ich dachte, der lustig. Oh ja, Mann. Ja, Mann. Oh Mann, die hat gemacht. Kann ich mit denen reden? Nein, nein. Das ist halt schade. Da liegt was in der Luft, oder? Warte, 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 warte. Und zwar hier rieche ich den Designerway von ESN. Der eignet sich wirklich optimal zum Backen für Spiritage oder einfach nur um so seine Proteine trinken. Hier habe ich den N-Carrot-Cake. Und bei ESN gibt es noch weitere tolle Geschmäcker. Und mit Charo gibt es immer wieder den Maximalrabatt. Diese Woche bis zu 20%. Jawolle. Jawolle. Guck mal, jetzt hier. Einmal die Kasse, bitte. Die Kasse. Ich habe die ganze Kasse. Gib die Kasse raus. Jetzt muss ich dich endlich nicht mehr zensieren. So geht, ne? So geht. Aber mein Stimmen muss ich mir machen. Dann darfst du nicht reden. Also im Endeffekt, niemals während der Fahrt aus dem Kart aussteigen. Seid jetzt irgendwie, weil er lustig sei. Also ich habe schon die geilsten Sachen gesehen. Als die während der Fahrt stehen geblieben sind, haben die Karts miteinander getauscht. Absolutes No-Go. Du weißt Bescheid. Jemmo. Mit V. Für V8. Berliner. Ohne Scheiß, ne? Ja. Liga-Trippchen. Oberkörper frei. Pose. Eine Pose. Hey, warte, warte, hey, 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 hey. Gib das, gib das, gib das. Gib das, gib das. Ja, war richtig. Aber ganz heiße Challenge. Warte, ich muss noch einen Sitz nach vorne machen. Ruf den mal. Weiß da. Schau, ist ja nicht der Größte. Sehe ich aus wie Donkey Kong, wa? Heiße Challenge? Heiße Challenge, genau. Zwischen Sigi, Mio und Jebo und auf der FIBO gibt es nochmal eine richtig starke Challenge zwischen Sigi, Schwarzwaldjohn und William. Es geht um saftige Pastrami-Sandwiches. Kommt vorbei am 13. April auf der FIBO. Wie fühlst du dich kurz vor dem Start? Wie Donkey Kong. Was geht ab? Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Wenn es um vier Riedach geht, ich bin immer da. Hier, bist du ready? Ich bin immer bereit. Hauptsache, ich werde nicht verlieren. Hauptsache, wenn ich letzter werde, dann ist das. Was ist hier los? Gibt es Startprobleme? Nein, nein, alles gut. Kannst du uns? Wie steht es denn gerade im Qualifying? Wer ist vorne? Äh, das ist die 23, die ist erster. Und das ist der Ahmed. Der ist jetzt gerade letzter? Das ist Kart 35. Das ist der, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Das ist Herbert. Jetzt habe ich das richtig ausgesprochen. Jebo. Jebo ist letzter? Ja, der ist letzter. Niemals. Da habe ich das falsch ausgedrungen. Der ist Driftmaster Jebo. Ja, der ist leider letzter vor der Zeit. Krass. Jetzt hast du die Lachen angemacht, ja? Genau, jetzt ist Qualifying vorbei. Jetzt machen wir die Startaufstellung. Ey, du glaubst nicht, wer erster und wer letzter ist. Wer? Erster bist du. Ja. Und letzter ist unser Driftmaster. Nein! Noch mal. Jebo! Hey! Hey! Was sag ich meine Verziehung? Was sag ich einfach? Was sagst du dazu, dass du letzter bist? Rudolf, die kriegen alle 90 Kilo. Ich krieg 120 L. Der macht einen auf Gewicht, der wiegt 120 L. Ja, 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 ja. Aber, Great Turismo, 4R-Brille, Playstation 5, mehr sag ich nicht. Reifen sind platt, ich krieg nur jetzt gerade gerade. Ja, der Reifen ist platt, der kriegt nur alles. Kann das die Fahrzeit so enorm beeinflussen? Ja, vor allem in den Kurven. Ja? Ja. Das war der Punkt, plus 120 Kilo Testo. Joao, ja! Er will mit seinem neuen Reifen jetzt besser darstellen. Nee, nee, der kann nur quatschen. Er hat aber kein Rennfallen. Er rüften kann er. Aber Rennfallen kann's auch auch. Ja, klar. Ja, klar, klar. Ich bin, klar, okay. Ja, klar. Wie sieht es gerade aus bei den Jungs? Also so wie die fahren ist das super. Die machen das schon gut, klar mal hier und da mal Fehler so mit dem Driften, das ist ein bisschen zu viel, weil da verliert man viel Zeit, aber ansonsten machen die das echt top. Zur Zeit ist der Erster, der Ahmet, Simo ist sogar aufgestehen, der ist jetzt der Dritte, Resul ist Zweiter und *** ist Vierter. Eieieiei. Ich muss wieder ein Video anschauen. Wer ist die ganze Zeit da immer vor die Wand gefahren? Irgendeiner hat doch immer einen Böder mitgenommen, wer war das? Ich habe mich gut geschlagen, denke ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte am Anfang platten Reifen, der Kollege hat mir die neue Fahrt gegeben. Reifen. Aber warte mal, was hat das jetzt gebracht, dieser neue Reifen? Bruder, die war komplett kaputt. Ich habe sie keinen Grip in der Kurve. Kann er aber mit seinem M3 hier auf die Strecke fahren? Nein. Nein. Keiner der. Bruder, ich brauche mehr. Weißt du nicht mehr? Wow, was war denn jetzt nicht los? Sag mal. Bruder, was ist das denn? Sein Kopf ist am kochen. Sag mal. Normalerweise kochen die Reifen-Tempo. Okay. Ich bin gerade am kochen, Bruder. Ey, ich guck die ganze Zeit, da steht die 26 zweite Pflanze. Ey, du guckst nach hinten, auf einmal am Ferse. Ich habe einen Bonde gefahren, Alter. Hast du das gesehen? Ich guck nach hinten, auf einmal am Ferse. Ich guck nach hinten, auf einmal am Ferse. Ich guck nach hinten, auf einmal am Ferse. Ich guck nach hinten. Ich guck dir gleich ein bisschen. Ey, 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 ey. Ich guck nach hinten. Dann auf dem Treppchen, auf dem dritten Platz, ist Tewo mit einer Bestzeit von 53,277. Ey, ich? Ich habe doch gesagt, am Anfang hatte ich Plattenreifen. Oh, ho, 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 ho. Wir sind doch am Ende, den letzten zwei Runden, ein spannender Kampf gewesen zwischen den Beinen. Ja. Auf dem zweiten Platz, Resul mit 2,50, 2,50, 3. Und auf dem ersten Platz, 8,50, 5,27. Geiler. Beste Runde. Ey, er hat auch die Platzierung von vorher gemacht. Komm, hier. Siegerheilung. Ja, komm, hier. Wettschulden sind Ernstschulden. Oberkörperfreit Bosen. Haben wir gesagt, ne? Hat er gesagt. Und ich habe die ganze Zeit gewählt, dass sie nicht leben. Ey, Alter, frag ihn. Ja, der ist um sein Leben gefahren. War online ist um sein Leben gefahren. Weißt du, was mein Glück war? Die letzten Runden hier, guck mal, was der Schiri gesagt hat. Ich hatte platte Reifen. Ich nehme das als Respekt, dass ich jetzt letzter geworden bin. Aber ich akzeptiere das nicht. Wir haben geklärt. Du kannst weiter nächstes Mal mit deinem 3er drauf fallen. Ich habe keinen M3, oder? Die Zeilen sind vorbei. Ich bin doch froh, Alter. Ich frage, Leo kommt gut, oder? Wir werden verloren, oder? Oh, holen wir auf. Aber ich muss doch jetzt halt sagen, dass wir überhaupt gemacht haben. Der Verleger soll ein bisschen lose ohne Muskeln. Mal sehen, wie das klappen soll. Komm. Doppelbizeps. 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 Seitenansicht. Hopp. Wie war das? Hopp. Halas, den Rest kriegt ja auch für Fieber. Jetzt eine Ansage. Eins gegen eins. Du gegen mich. Jevo gegen Schavo. Kratpan. Eins gegen eins. Ohne den platten Reifen. Ohne den platten Reifen. Ja, jede Reifen wird einzeln abgemessen. Ich fahre mit Rückwärtsgang. Ich schwöre. Ich habe doch Go-Kart gewechselt. Auch mit Go-Kart gewechselt. Hast du auch die schlechteste Runde. Steht hier. Ich schwöre. Guck mal. Jevo 53, 2, 7, 7. Ja.